Untertitelung des ZDF, 2020 Den Orten, die ich seit meiner Wiedergeburt gesehen habe, kehre ich hierher zurück. Der letzte Ort, der vom Reisenden berührt wurde. Ich brauche Antworten. Ich stehe hier mit nichts. Ikora. Zawala formiert eine Rebellion und denkt... Was nützt uns eine Rebellion, wenn nur ihr überleben würdet? Ich glaube, diese Gaul-Bestie weiß, dass der Reisende hier war. Ich glaube, er sandte seine Legion, um etwas zu finden, was sie nie verstehen werden. Und ich glaube, sie werden alles zerstören, was uns heilig ist. Es liegt bei dir, Hüter. Vergeude nicht diese zweite Chance. Manchau. Manchau. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Seit ich hier bin, sind andauernd Schiffe der Rotlegion hier gewesen. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Finde einen Weg in ihre Basis. Da oben. Was ist das, Ikora? Energie. Die Energie des Reisenden. Was haben sie getan? Das ist meine Schuld. Ich hätte das verhindern können. Ikora, du konntest nichts tun. Nicht ohne dein Licht. Ich bin mehr als nur mein Licht. Ich hätte es versuchen können. Versuchen sollen. Doch nach all den Jahren des Sterbens, der Wiedergeburt des Sterbens, ließ der Reisende mir nur ein Leben. Und ich habe Angst, es zu verlieren. Das passiert vielleicht sowieso. Gorr hat eine Waffe, die unsere Sonne zerstören kann. Was? Warum sollte er etwas zerstören, für das er so hart gekämpft hat? Ihr müsst in die Basis eindringen. Dort muss es Antworten geben. Ich separiere mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Informationen, die wir kriegen können. Die Wechs hören wohl niemals auf. Es gibt so viele Theorien zu ihrem Tun und Handeln, wie es Kryptarchen in der Kryptarchei gibt. Die blaue Substanz, die aus den Spalten im Boden strömt, das ist die reine Energie des Reisenden. Alle sind weg. Sucht weiter. Warum würden die Kabale so viel in eine Basis investieren und sie dann zurücklassen? Da ist ein großer Bohrer. Ein Bohrer? Sammeln sie die Energie des Reisenden? Nein, das ist kein Licht. Niemand erhält dadurch die Gnade des Reisenden. Nicht ich, nicht Gorr. Oder doch? Ich komm. Was ist? Besessenen Rifts und Abwehrzauber. Die Besessenen. Die Besessenen. Die gebärze sind nicht möglich. Sie werden wiederkontakt. Das war's. Warum sind die Besessenen hier? Sie haben keinen Anführer mehr. Oryx ist tot. Die Besessenen fühlten sich schon immer zu dieser Energie hingezogen. Sie sind nicht länger Gefallene, Kabale oder Schar. Oryx hat sie mit seiner gestohlenen Macht verändert. Er... Warte. Will Gol das Gleiche tun? Aber mit dem Licht? Das muss es sein. Warte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020